Hallo wer meine Freunde, ich bin, wie viele sicherlich auch, wegen Kenobi mächtig in Star Wars Fieber. Da eh gerade Sommerpause ist, habe ich die Fußballfreie Zeit genutzt, um alle Star Wars Teile durchzusuchten und ein bisschen von der letzten Staffel von The Clone Wars. Dabei kam ich auf eine super Idee, warum mache ich nicht mein Video, wo ich Star Wars Charaktere Fußballvereine zuordne, die zu dieser Figur passen würden. Das selber habe ich auch schon mal mit Parteien während der Bundestagswahl gemacht, heute mache ich es mit Star Wars Charakteren, also welcher Star Wars Charakter passt zu welchem Fußballverein. Let's go! Beginnen wir mit Darth Raider. Darth Raider, wie wir alle wissen, ist das absolute Böse und keiner von uns hat so richtig Bock, ihn als Feind zu haben. Wenn dieser Irre auf uns zurennt, dann wissen wir alle, Bro, wir müssen uns nicht wehren, wir sind schon längst tot, wir brauchen keine Hoffnung haben, dass wir das überhaupt noch lebend überstehen. Was passt nicht besser zu Darth Raider als der FC Bayern München? Die Bayern gelten in der Bundesliga als der absolute Bösewicht und keiner hat sie so richtig gern. Wenn man die Bayern sieht, man sieht auf dem Spielplan, ach, der nächste Gegner sind die Bayern, dann sagt jeder, ne, wir sind am Arsch, die ficken uns. Die Chancen, die zu besiegen, ist gering und deswegen passt der FC Bayern München zu Darth Raider. Machen wir weiter mit Jar Jar Binks. Jar Jar Binks wäre bei mir RB Leipzig. Keiner hat so richtig Bock auf ihn, er existiert nur, um etwas zu verkaufen. Er nervt nur noch und keiner kann ihn überhaupt leiden. Und diejenigen, die ihn mögen, sind auch nicht mal aus der Grundschule raus. Obi-Wan Kenobi. Bei Obi-Wan Kenobi habe ich Atletico Madrid. Beide sind bekannt für ihren defensiven Kampfstil, der zwar nicht cool aussieht, aber dafür sehr effektiv und durch diesen man auch häufig mal Spiele gewonnen hat. Anakin Skywalker ist Borussia Dortmund. Und beide haben sehr, sehr viel Potenzial, die Macht in der Welt und in der Liga ins Gleichgewicht zu bringen. Jedoch sind beide zu stark von ihren Emotionen geleitet, deshalb sie sehr, sehr viele dumme Fehler begehen. Auch werden sie nicht zu einem Meister und heulen deshalb die ganze Zeit rum, dass alles so unfair ist und werden am Ende von ihren Meister fertig gemacht. Mace Windu wäre der AC Florenz. Ähm, Tipp, Stichwort Violett. Jetzt kommen wir zu den Sturmtruppen. Sturmtruppen sehen sehr cool aus und es gibt viele, die mögen sie. Aber wenn es um Thema Ziele treffen geht, dann sind sie so effektiv wie der FC Schalke 04 ohne Simon Terodde. Kommen wir jetzt zu Jarel Puff. Wenn ihr Jarel Puff nicht kennt, das ist die langhalsige Dame im Jedi-Rad im Hintergrund. Ehrlich gesagt vergisst jeder ihre Existenz. Und ehrlich gesagt, wenn die verschwinden würde, würde es auch niemandem auffallen und niemand juckt sich für sie. Und deswegen passt absolut der FC Augsburg zu dieser Figur. Duffenmoll ist der letzte Charakter auf unserer Liste und absolut passt dazu der SC Paderborn. Beide sind aus dem Nichts aufgetaucht, sind dann wieder verschwunden. Jeder dachte, sie wären tot und aus dem Nichts sind die wieder aufgetaucht. Ja Leute, das war's für den Video. Ich weiß nicht, wie gut das ankommen wird. Schreibt mal in die Kommentare, seid Star Wars Fans. Wenn ja, schreibt mal weitere gute Beispiele in die Kommentare. Eventuell mach ich mal einen zweiten Teil. In der Videobeschreibung und in der Endcard sind dann die beiden Videos mit den genannten Parteien verlinkt. Like und abonnieren nicht vergessen. Möge die Macht mit euch sein und ciao. Möge die Macht mit euch sein.